Die Diktatur des Great Reset marschiert. Das Regime verpanzert sich. Viele verzweifeln. Viele ballen die Faust nur noch in der Tasche. Aber die Erinnerung an 1989 lebt. Kompakt gibt der schweigenden Mehrheit eine Stimme. Wir legen die Waffe des Wortes in die Hand des Volkes. In Zeiten universeller Täuschung ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt. Abonnieren Sie Kompakt-Magazin, dann sind Sie ganz vorne mit dabei. Da, wo das geheime Deutschland wächst. Ein Abo von Kompakt bringt Licht und Hoffnung in einer Zeit der Düsternis und mit Ihrem Abo stärken Sie die finanzielle Schlagkraft von Kompakt, damit wir unser Angebot weiter ausweiten können. Kompakt hält die Fackel der Freiheit hoch. Abonnieren Sie die Freiheit. Abonnieren Sie die Revolution. Abonnieren Sie Kompakt-Magazin.